Hallo Freunde und herzlich Willkommen zur Öffnung des dritten Türchens außerhalb der Reihe der Berliner Information. Wie gestern auch muss ich jetzt hier ins Archiv greifen, denn an diesem Tag hatte man in Berlin 1945 nicht gearbeitet. Deswegen hier jetzt eine Information zum Reichspostbunker in Königs Wusterhausen. Das ist Richtung Zesen raus und hier geht es darum, dass man noch 1944 einen Bunker gebaut hat für die Reichspost und zwar für ein Ausbildungslager. Interessanterweise sind diese Anschlüsse im Bunker hier aber auch genutzt worden für die Zentrale des OKH und OKW in Zossen. Also das spielt da eine große Rolle mit dieser Bunker. Das war hier so ein Verteilungsknoten. Wir haben diesen Bunker damals begangen, als er noch zu betreten war. Mittlerweile ist das Ding so zugerammelt, da ist also nichts mehr mit reinkommen, weil natürlich wieder die öffentlichen Stellen Angst haben, es könnte sich jemand verletzen. Wenn ich mir so überlege, wie riesige Schächte 30 Meter tief in Polen offen sind und nach deutscher Vorstellung müssten dort Massen von Kinderleichen liegen, die da reingefallen sind, komischerweise passiert das nicht. Aber in Deutschland muss alles verschlossen, verdichtet sein. Wenn der nicht so hoch wäre, der Bunker, würde man ihn wahrscheinlich auch noch zu betonieren, zu schippen und dann überdecken. Gott sei Dank ist das noch nicht gewesen, deswegen können wir den noch zeigen. Von außen ist der Bunker nur durch wenige, ich sag mal, Außensachen erkennbar. Das Interessante sind diese Knubbel, die jetzt da vorne rausgehen, diese Betonauslässe. Da ist tatsächlich ein Lüftungsgang hinter und der ist geschützt durch diesen Kasten, der da vorgebaut worden ist. Aber ansonsten ist das Ding eine reine viereckige Betonglocke. Im Gelände und rundherum um den Bunker muss man höllisch aufpassen. Überall gibt es offene Kabelschächte, die aber überwachsen sind, die man im Notfall manchmal nicht sieht. Also gefährliche Kiste. Das ist ja wie gesagt ein Reichspostbunker und der hatte auch im Berliner Umland entsprechende Kabeleingänge und Verteilungen gemacht. Das war also nicht nur ein reiner Ausbildungsbunker, der war schon in Funktion. Und die folgenden Bilder sind jetzt von unserer Begehung gewesen. Es ist jetzt schon 15 Jahre her, wo wir da mal drin waren. Durch Zufall sind wir da reingekommen. Und man muss dazu sagen, 1976 wurde der Bunker dann nochmal umgebaut und wurde für die Stasi bereit gehalten. Also da war dann entsprechend das Gelände genutzt worden, um dann entsprechend da Stasi mäßig so ein bisschen was zu bauen. Muss ich mich raushalten, nicht mein Thema. Aber wie gesagt ist 1976 erfolgt. Dafür gibt es konkrete Hinweise. Für die Lüftungen gab es dann bei Drucktüren natürlich auch Durchgänge, die waren dann gasdicht gewesen. Hier sieht man nochmal eins. Auch hier ärgert mich wieder das angeschmierte Hakenkreuz. Was dieser Sinn das soll, ist mir unbekannt. Aber ihr wisst ja, da rege ich mich jedes Mal drüber auf. Beim Umbau zur Stasi-Zentrale hat man natürlich auch die Elektrik neu gemacht. Hier sieht man mal einen der verbliebenen, noch dort vorhandenen Schaltschränke. Und als nächstes kommt auch noch das Notstromaggregat. Ja, noch aus DDR-Zeiten gibt es noch Betten, die dort vorhanden sind. Wir haben im Treppenhaus jede Menge Schmierereien gefunden. Und auch nach der DDR-Zeit hat es im Bunker mal gebrannt. Also irgendjemand hat da mal ein Lagerfeuer gemacht im Raum und hat eine Menge Ruß verursacht. Also alles Mögliche ist, wie gesagt, noch vorhanden. Hier sieht man zum Beispiel auch noch den Wasseranschluss für entsprechende Zugänge hier. Das ist unter der Treppe gewesen. Also verschiedene Sachen sind da noch vorhanden, aber es nutzt halt keine mehr. Der Bunker ist heute geschlossen. Und die Stadtverwaltung Königs Wusterhausen will dieses Gelände aber auch nach Möglichkeit... Ja, da will niemand dran denken. Also das Ding soll nach Möglichkeit nie wieder in irgendeiner Richtung irgendwo auftauchen, weil kostet es sonst bloß Geld. Wir hatten eine entsprechende Aktion gehabt in der Nähe von Königs Wusterhausen an einem Tonsee. Und dort sollte angeblich von einer Fahrbereitschaft ein Tiger und ein Kettenkrat versenkt worden sein. Den Tiger, den hat es dann natürlich nicht gegeben. Immer diese großen Erzählungen. Aber das Kettenkrat, das haben wir gefunden. Ich hänge da nachher nochmal am Ende dieses Teils hier noch ein Bild von ran. Wir haben also dann Teile davon gefunden. Das war allerdings schon ziemlich verrostet gewesen. Ich habe dann nochmal im Museum in Gatow dieses Kettenkrat nochmal überprüft von der Form her. Das passte also hervorragend. War tatsächlich NSU-Kettenkrat. Und war toll. Steht heute noch da unter Wasser. Wir wollten es bergen und mussten leider feststellen, dass man uns das dann nicht überlassen wollte zur Restaurierung. Ja, man sieht hier am Hang des Kettenkrat haben wir im Echolot gefunden. Und dann sind wir natürlich runtergetaucht. Natürlich auch mit Metalldetektoren. Hätte man eigentlich gar nicht mitgehen müssen. Das Wasser war schwarz. Es war dunkel. Und spätestens als wir neben dem Kettenkrat dann im Schlamm gewühlt haben, war die Sicht gleich null. Deswegen war dieses Metallsuchgerät unter Wasser natürlich eine ganz tolle Geschichte. Konnte da sehr gut eingesetzt werden. Ja, als letztes haben wir dann die Lampe, eine Klingel und den Lenker von dem Gerät noch abnehmen können. Es war alles runtergebrochen. Also die ganzen Halterungen waren alle verfault gewesen. Hier seht ihr die Lampe, die wir dann gehabt haben. Die haben wir wieder zurückgebracht an die Stelle. Die liegt also da noch heute am Boden. Und falls ihr jemanden kennt, der sowas haben will, da können wir gerne mithelfen. Also wer das bergen kann und es dann auch sauber und sicher restaurieren will, damit es erhalten bleibt. Der untere Teil, der Motorenteil und Antriebsteil, dürfte ja noch komplett erhalten sein. Der liegt allerdings im Schlamm. Aber wie gesagt, ist vorhanden und ich freue mich über solche Funde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Danke. Danke.